Ein Thema wie die mittelalterlichen Wurzeln des Begriffs Dschihad kann einiges an Gefühlen auslösen. Das ist nicht bei allen mittelalterlichen Themen so. Wenn ich zum Beispiel was zu, sagen wir mal, den Vandalen sage, dann bekomme ich selten Kommentare wie Solche Reaktionen sind selten, denn abgesehen vom gelegentlichen Exzentriker identifiziert sich heute niemand mehr mit oder gegen die Vandalen. Wenn es aber um einen Begriff wie Dschihad geht, ist das anders, wohl vor allem deswegen, weil er häufig mit islamistischem Terror in Zusammenhang gebracht wird. Ich maße mir nicht an, für so ein komplexes Problem eine allumfassende Erklärung am Start zu haben und ich will auch keine religiösen Gefühle verletzen. Was ich möchte, ist aus historischer Perspektive etwas zu den Umständen zu sagen, unter denen der klassische Begriff des Dschihad entstanden ist und wie er bis in neuere Zeit verwendet wurde. Und dazu müssen wir ins Arabien des siebten Jahrhunderts. Arabien war damals, wie heute, dominiert von Wüsten und trockenem Grasland. Seine Bewohner sind vor allem Nomaden und sind zersplittert in eine Vielzahl von einzelnen Stämmen und Sippen und religiös verehren sie viele Götter. Sie sind also Polytheisten. Der spärliche Reichtum dieser Nomaden besteht vor allem aus Viehherden. Und ihr, fast könnte man schon sagen, Nationalsport besteht darin, sich gegenseitig zu überfallen, um genau dieses Vieh zu rauben. Der altarabische Ausdruck für diese Art von Überfällen ist das Razzia. Hat nichts mit Polizeirazzia zu tun, außer dass bei beiden wohl ein Element der Überraschung dabei sein soll. Und die Folgen dieser Razzien sind endlose, blutige Stammesfäden. Hineingeboren in diese Welt wird um 570 nach Christi in Mekka, das ist ein kleines Handelsstädtchen im Westen der arabischen Halbinsel, ein Säugling, den seine Familie Mohammed nennt. Ich verkneife mir jetzt aus Zeitgründen die Schilderung seines wirklich interessanten Lebens. Vor allem wie er zum Propheten wird, den Islam gründet und sich zu einem sehr erfolgreichen, religiös-politisch-militärischen Führer entwickelt. Stattdessen springe ich direkt in die neue Lage in Arabien nach Mohammeds Tod. Also 632. Mohammed hinterlässt nämlich eine zum ersten Mal vereinigte arabische Halbinsel mit ihm als nun aber verstorbenem religiösem Führer. Vereinigt heißt, die Araber sind jetzt keine lose Gruppe von sich ständig gegenseitig beraubenden Stämmen und Sippen mehr. Stattdessen verstehen sie sich als eine große soziale und politische Einheit, eine sogenannte Umar. Und der soziale Kitt dieser Umar ist der Islam. Das wiederum hat zur Folge, dass zumindest in der Theorie alle Araber füreinander Brüder und Schwestern sind. Und das hat unter anderem zur Folge, dass man andere Stämme oder Sippen nicht mehr einfach so ausrauben darf. Also keine innerarabischen Razzien mehr. Auf den ersten Blick rundherum erfreulich. Aber damit entsteht für Mohammeds ersten Nachfolger, Kalif Abu Bakr, ein neues innenpolitisches Problem. Was macht er nämlich mit Gefolgsleuten, deren Lieblingsbeschäftigung es bis vor kurzem noch war, sich gegenseitig auszurauben? Was macht man mit dieser gewaltbereiten Energie? Abu Bakr macht das, was auch heute noch manche Politiker machen, wenn sie innenpolitische Probleme haben. Kurz nachdenken. Genau. Er sucht nach neuen Feinden im Ausland. Und die sind leicht zu finden. Nämlich in Form des Oströmischen Reiches und des Perserreiches. Und so gehen schon wenige Monate nach Mohammeds Tod die Vereinigten Arabischen Stämme wieder ihrer traditionellen Beschäftigung nach, um zu Wohlstand und Ehre zu kommen. Jetzt aber nicht mehr innerhalb, sondern außerhalb Arabiens. Sie greifen im Norden das Oströmische Reich an und im Osten das Perserreich. Und sie sind dabei erstaunlich erfolgreich. Es folgt, was Historiker die islamische bzw. arabische Expansion nennen. Noch in den 630er Jahren erobern islamische Heere Damaskus und Jerusalem, 646 Ägypten und das Perserreich fällt fünf Jahre später. In den 690er Jahren wird Nordafrika erobert und bis 726, also keine 90 Jahre nach Mohammeds Tod, die iberische Halbinsel, das heutige Spanien und Portugal, bis auf einen kleinen Teil im Norden. Frankreich, Italien, Konstantinopel, also das heutige Istanbul und Indien sind weitere Begehrlichkeiten. Da kommt die islamische Expansion aber ins Stocken. Trotzdem entsteht und etabliert sich ein neues und beeindruckendes Großreich. Und damit stellen sich aus islamischer Sicht einige Fragen, deren Antwort der klassische Begriff des Dschihad ist. Nämlich Wie kann man solche Eroberungskriege überhaupt rechtfertigen? Man schlägt in Frankreich oder am Indus in Pakistan ja keine Schlachten zur Verteidigung Arabiens. Und was macht man mit so einem Großreich strategisch, also langfristig betrachtet? Beantwortet werden Fragen dieser Art im Mittelalter in den Abrahams Religionen normalerweise mit Bezug auf Gott und den eigenen Glauben. Genauer, man geht davon aus, dass Gott den Lauf der Geschichte und auch der Militärgeschichte bestimmt. Das ist ein Gedanke, den es schon vorher gab. Die Götter mussten früher ja bekanntlich als Erklärung für alles Mögliche herhalten, was man sich noch nicht durch die Natur oder Sozialwissenschaften erklären konnte. Zeus oder Odin beispielsweise erzeugen Blitze, je nachdem, ob man Griechen oder Germanen fragt. Und nicht Bakterien, Viren oder das Wetter verursachen Krankheiten oder Missernten, sondern die sind Strafen der Götter. Und entsprechend gewinnt man Kriege, wenn und weil man den richtigen Göttern ordnungsgemäß geopfert hat. Christentum und Islam übernehmen in ihren Gottesbildern den Kern dieser Theologien. Gott wird als jemand vorgestellt, der belohnt und straft. Freud würde sagen, das kennt man ja schon von Kindesbeinen an vom eigenen Vater her und ist deshalb plausibel. Und wie beim eigenen Vater ist man gut beraten, wenn man tut, was er will. Und aus Sicht islamischer Gelehrter will Allah offensichtlich, angesichts der militärischen Erfolge der islamischen Heere, dass sein Gesetz überall Geltung hat. Und so kommt es, dass arabische Gelehrte zur Erklärung und Rechtfertigung der islamischen Expansion im 8. und 9. Jahrhundert ein im Kern religiös-militärisches Konzept entwickeln. Nämlich das Konzept des klassischen Dschihad. Endlich kommen wir dazu. Das Wort Dschihad bedeutet im Arabischen sowas wie Anstrengung für Gott. Und im Koran kommt es in einem nicht militärischen, aber auch in einem militärischen Sinne vor. Und an letzteren knüpfen nun islamische Gelehrte an und entwickeln zwei Grundideen. Erstens, dass die gesamte Welt eingeteilt sei in zwei Regionen. Die eine Region ist das Dar al-Islam, das Haus des Islam. Dort herrscht das islamische Gesetz. Und es gibt die andere, das Dar al-Arb, ich hoffe, dass ich das halbwegs richtig ausspreche, das Haus des Krieges. Und dort herrscht eben nicht das islamische Gesetz. Und die zweite Grundidee ist nun die, dass das nicht so bleiben soll. Gott will, dass überall auf der Welt das islamische Recht herrscht. Und weil das durch den, Jürgen Habermas würde sagen, zwanglosen Zwang des besseren Argumentes nicht möglich ist, ist es nun die Pflicht des Haus des Islam, durch eine militärische Anstrengung für Gott, durch einen heiligen Krieg, durch einen Dschihad zweierlei zu tun. Erstens, das Territorium, das politisch dem islamischen Recht unterworfen ist, zu verteidigen. Und zweitens, dieses Territorium so weit wie möglich auszudehnen. Theoretisch sind demnach keine unbegrenzten Friedensverträge mit dem Haus des Krieges zulässig, nur Waffenstillstände, also so eine Art kalter Krieg. Und Waffenstillstände auch nur im Fall der eigenen militärischen Unterlegenheit. Die Laufzeit solcher Waffenstillstandsverträge war theoretisch auf höchstens zehn Jahre begrenzt, meinten die Gelehrten. Das hing damit zusammen, dass Mohammed selbst so einen zehn Jahre dauernden Waffenstillstandsvertrag ausgehandelt hatte, als er sich mit Mekka im Krieg befunden hat. Der Dschihad darf also pragmatisch zeitweise ausgesetzt werden, aber nur, um ihn dann später wieder aufzunehmen. Und das läuft dann praktisch auf einen Weltherrschaftsanspruch hinaus. Und angesichts der ja sehr beeindruckenden militärischen Erfolge der islamischen Heere im 7. und 8. Jahrhundert erschien das auch durchaus nicht ganz abwegig. Weltherrschaft klingt ja heute erst mal etwas selbstüberschätzend, aber historisch betrachtet ist das als Ziel nichts Besonderes. So einen Anspruch hatte beispielsweise das Römische Reich, Persönlichkeiten wie Papst Bonifatius VIII, der Mongole, Dschingis Khan, allerlei Kolonialmächte, natürlich Hitler und ziemlich viele Kommunisten. Es handelt sich also nicht um ein Alleinstellungsmerkmal des klassischen Begriffs des Dschihads, sondern leider um etwas, was gar nicht untypisch ist für sehr erfolgreiche militärisch-politische Eliten. Neben dem Weltherrschaftsanspruch ist ein weiteres Merkmal des klassischen Dschihads die Idee der Blutzeugenschaft. Damit ist Folgendes gemeint. Jemand, der am Dschihad teilnimmt, ist ein sogenannter Ghazi und wird er dabei getötet, dann werden ihm alle seine Sünden vergeben und er kommt, nun ein sogenannter Schahid, unmittelbar ins Paradies. Heiliger Krieg, Opfertod, Paradies. Gute Voraussetzungen zur massenhaften Rekrutierung todesverachtender Kämpfer. Ein Ökonom würde dazu übrigens vielleicht noch anmerken, dass die Verteilung von Eintrittskarten ins Paradies für die Organisatoren eines Dschihad eine, sagen wir mal, kostengünstige Form der Entlohnung darstellt. Wen das alles übrigens an den späteren Begriff des Kreuzzuges erinnert und an den Ablasshandel? Richtig. Apropos Christentum. Ein interessanter Unterschied zwischen dem klassischen Begriff des Dschihad und dem eines weltweiten Christentums betrifft den Grad der religiösen Einheitlichkeit. Im Dschihad, zumindest im 8. und 9. Jahrhundert, ging es nämlich nur um eine politische und rechtliche Einheitlichkeit, nicht um eine religiöse. Denn zumindest Juden und Christen sollten im Haus des Islam ihren Glauben, wenn auch mit einigen Einschränkungen, weiter praktizieren dürfen, wenn sie sich vorher angemessen öffentlich unterworfen haben. Das ist anders, als dass etwa die Spanier in Amerika gemacht haben. Die haben ja gewaltsam konvertiert. Rücksichtnahme auf Juden und Christen unter dem islamischen Gesetz hatte übrigens auch einen ökonomischen Vorteil für die muslimischen Machthaber. Denn Christen und Juden waren sogenannte Dimi, also so eine Art Bürger zweiter Klasse. Und sie mussten deshalb eine Sondersteuer zahlen, die Muslime eben nicht zahlen mussten. Und ohne so eine relative Religionsfreiheit, wenn also alle Bürger mehr oder weniger zwangsweise Moslem geworden wären, hätte man also als Finanzminister des Kalifen auf eine nicht unbedeutende Einnahmequelle verzichten müssen. Wie wurde dieser klassische Dschihad-Begriff, der ja im 8. und 9. Jahrhundert entstanden ist, denn dann später, also im weiteren Verlauf des Mittelalters und in der Neuzeit bis in die Gegenwart hinein angewendet? Nun, bin ich überraschend, recht unterschiedlich. Zunächst mal finden sich im Mittelalter und in der Neuzeit zahlreiche Waffenstillstands- und auch Handelsverträge mit nicht muslimischen Staaten. Und was diese theoretische Höchstlaufzeit von 10 Jahren anbelangt, da war es durchaus möglich, durch entsprechende unscharfe Inhalte und auch schlichte Verlängerungen diese Verträge in quasi unbefristete Vereinbarungen umzuwandeln. Beispiel für solche ablehnenden Reaktionen war ein Vertrag aus dem Jahre 1229 zwischen dem Stauferkaiser Friedrich II., nicht mit dem preußischen König zu verwechseln, und Sultan al-Kamil betreffs einer gemeinsamen Nutzung interessanterweise der Stadt Jerusalem. Beide Vertragspartner wurden dafür von ihren eigenen Seiten heftig kritisiert. Und gleiches galt für diplomatische Unternehmungen, die Bündnisse mit nicht muslimischen Herrschern gegen interne muslimische Kontrahenten zum Inhalt hatten. Ein Beispiel für eine pragmatische Bündnispolitik aus neuerer Zeit. Das Osmanische Reich erklärte im Ersten Weltkrieg einen allgemeinen Dschihad gegen das Christentum, speziell bezogen auf Franzosen und Briten. Aber ausgenommen waren explizit die deutschen und die österreichischen Christen, mit denen das Osmanische Kalifat damals ja verbündet war. Und was ein neueres Beispiel für einen Dschihad Moslem gegen Moslem anbelangt, 1980 rief der damalige irakische Diktator Saddam Hussein zu einem solchen Dschihad gegen den Iran auf. Bei diesem dann acht Jahre folgenden schrecklichen, blutigen Krieg ging es also nur ganz oberflächlich betrachtet um Ölfelder. Ich weiß nicht, wie man im Einzelnen theologisch rechtfertigen kann, als Moslem einen heiligen Krieg gegen Moslems führen zu können. Aber ich vermute, das läuft einfach so, dass man dem politischen Gegner abspricht, ein sogenannter wahrer Moslem zu sein. Man sieht jedenfalls in der Realpolitik verschwimmt die im 8. und 9. Jahrhundert für Gelehrte scheinbar so eindeutige Gleichsetzung von Freund und Feind mit Moslem und Nicht-Moslem. Was bringt das alles nun für das Verständnis der aktuellen, heutigen Dschihadisten? Ich denke, das Gesagte ist ein Beispiel dafür, wie in der Politik auf alte Ideologien und Geschichtsbilder zurückgegriffen wird, um aktuelle, eigene Interessen zu legitimieren. Man denke da nur an Putins These, die Ukraine gehöre schon aus historischen Gründen zu Russland und müsse daher militärisch befreit werden. Und Dschihadisten argumentieren eben auch mit solchen Rückgriffen auf die ferne Vergangenheit. Der Nachfolger von Osama Bin Laden im Netzwerk Al-Qaida, zum Beispiel, Awahiri, der definierte 2006 in einer seiner auch ins Englische übersetzten Schriften sein Verständnis des Dschihad-Begriffs als ein Krieg für Allah, dessen Ziel die Befreiung des ehemaligen Hauses des Islam sei. Genauer, ich übersetze, die Befreiung Palästinas und aller Gebiete, die einst muslimisch waren, von An-Al-Dalus, also von Spanien, bis zum Irak. Man kann also, was seine Aktualität anbelangt, wohl schon formulieren, dass der klassische Begriff des Dschihad keineswegs vergessen ist und auch in der Gegenwart immer wieder aktualisiert und reaktiviert werden kann, wenn das jemandem politisch vorteilhaft erscheint. Und wenn man das als aufgeklärter Mensch und Gläubiger kritisieren will, dann ist es eben auch wichtig, sich mit diesem Begriff und seiner historischen Bedeutung ein Stück weit auszukennen. Und was das anbelangt, wenn es jemanden interessiert, ob sich der klassische Dschihad-Begriff plausibel aus dem Koran und den Hadithen ableiten lässt, wie das Dschihadisten ja behaupten, dann kann der das gerne in die Kommentare schreiben und dann mache ich da auch ein Video zu. Und wie immer, wem es gefallen hat, ein Like da lassen, kommentieren, vielleicht sogar abonnieren, man gönnt sich ja sonst nichts. und dann kann der Schlaufer zu werden. dann kann der Schlaufer zu machen ein bisschen dann nubieren, das ist das gleiche ist das Schlaufer zu machen. Und dann kann der Schlaufer zu machen, wenn es jemanden gibt, dann kann der Schlaufer zu machen, dann kann der Schlaufer zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020